Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen kleinen Rossmann Haul. Ich war heute im Rossmann. Ich habe nur zehn Produkte gekauft. Davon sind eigentlich alles Neuheiten bis auf zwei Produkte und ja, also sehr sehr viel Neues. Eigentlich nur Sachen, die ich schon länger mal testen wollte, die jetzt gerade im Angebot waren und ich würde einfach sagen, ich starte. Es ist nicht viel, aber ich muss ja das Video nicht in die Länge ziehen. Und zwar habe ich mir zu einem von Alouette Taschentücher mitgenommen, vier Lage Kunder Tücher. Die habe ich jetzt fürs Bad gekauft, weil ich finde, dass die seit langem mal wieder sehr schön sind. Ist halt auch so ein bisschen in Pink gehalten, was ganz gut zu unserem Bad passt. Und ja, fand ich ganz schön. Sind eben Taschentücher direkt, vier Lage super weich und sicher. Ja, finde ich gut. Die duften einmal mit, also sehr unspektakulär. Und dann duften einmal neue Teelichter mit. Und zwar von Rubinlicht. Die 18 Duftlichte in Honigmelone fand ich sehr interessant. Deswegen duften die auch mit. Ich habe im Moment noch ein paar Teelichter da. Also ein paar Packungen. Aber ja, Teelichter kann man immer gebrauchen. Auch im Sommer habe ich super gern Teelichter an. Ja, und die rücken halt sehr intensiv nach Honigmelone. Bin ich sehr gespannt drauf und freue ich mich auf jeden Fall auch. Dann zeige ich euch jetzt gleich mal noch das einzige Produkt, was nicht neu ist. Und zwar von Isana. Die Badeperlen. Deine Glückszeit mit Babassööl und Urea. Verwöhnte Badeperlen mit blumigem Duft. Die gab es ja jetzt schon ein bisschen länger. Und ich mag die sehr, sehr gern. Die riechen sehr gut. Die sind wohl mit Ylang Ylang, so viel ich das lesen kann. Also Ylang Blüten. Und es riecht total toll. Und ich hätte einfach wieder Lust drauf. Deswegen durften die auch einmal mit. Und jetzt, wie gesagt, kommen eigentlich nur noch Neuheiten. Und zwar starte ich da mit einer Handcreme. Und zwar ist das von der Isana Around the World Limited Edition Fairness Tahiti. Die Handcreme mit Kokos und exotischem Lychee-Duft. Ist eben limitiert und ich dachte, ich kaufe die jetzt einfach und probiere sie aus. Sie riecht ganz gut. Also ich mag die Luft sehr, sehr gerne. Und ich denke, dass sie auch von der Wirkung her, also von der Pflegewirkung her, ganz gut sein wird. Und ja, werde ich testen. Bin ich gespannt. 100ml sind drin. Ich denke, die wird gut sein. Also bei den Isana Handcremes sind die meistens ganz gut. Jetzt nicht super pflegend, aber für den Sommer denke ich ausreichend. Da habe ich ein Haarprodukt mitgenommen. Und zwar von Isana. Die Softbutter 3 in 1. Haarmaske mit Mangobutter und Kokosöl. Ohne Silikone für trockenes und strapaziertes Haar. Ich muss sagen, ich finde das Design jetzt nicht sonderlich ansprechend. Aber ich wollte es einfach austesten, weil ich wissen wollte, wie das von der Pflege her ist. Hier sind 250ml da drin. Ich habe das vorher auch schon mal aufgehabt und dran gerochen. Und es riecht echt gut. Es ist halt so eine festere Butter, wenn man das so sagen kann. So sieht die aus. Es ist schon ein bisschen flüssiger. Deswegen kann ich sie euch jetzt nicht komplett zeigen. Aber sehr, sehr schön vom Duft. Sehr natürlich irgendwie. Also nicht zu stark süß. Und die werde ich auf jeden Fall testen. Ich habe noch drei Duschprodukte mit, die neu sind. So eine habe ich von Duschtas entdeckt, dass ich fühle mich sinnlich mit Feigen- und Rosenblütenduft. Und vielleicht, wenn ihr Duschdach schon öfters gehabt habt, wisst ihr, dass es davon mal ein Duschgel gab. Das war eine durchsichtige Verpackung mit so kleinen schwarzen Punkten drin. Da habe ich auch im Moment noch eine Packung von da, die ich mir auf Specials Unlimited bestellt habe. Die Seite kann ich euch nochmal unten verlinken. Und ja, da gibt es halt Produkte, die es so nicht mehr im Geschäft gibt. Und jetzt gibt es das wieder, habe ich gesehen. Und ich mag den Duft. Ich habe das gerade im Angebrauch und es ist nicht mehr viel drin. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es das wieder gibt. Es riecht halt einfach irgendwie süß, aber trotzdem mild und angenehm und einfach schön. Ich mag das extrem gern. Deswegen durfte das einmal wieder mit. Und dann habe ich zwei Neuheiten von Isana entdeckt, die mich beide sehr angesprochen haben. Und zwar zu einem von Isana das Duschgel Gurke und Aloe Vera mit Gurkenextrakt für trockene Haut. Ich mag halt so Gurkenduft eigentlich ganz gern. Deswegen wollte ich das einfach mal testen. Und ja, das war halt sehr günstig wie die ganzen Isana Duschen. Es sind 300 Meter drin. Und es riecht halt einfach frisch. Minimal gurkig. Ich bin gespannt, wie es unter der Dusche riecht und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich mag die Isana Duschen ganz gerne. Und dann durfte eben auch noch von Isana mit die Cremedusche Coconut Water mit Mangosaft und Kokosduft. Und wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr, dass ich Kokos total liebe und ich auch Mango sehr, sehr gerne mag. Deswegen musst ihr das auch mit. Auch 300 Meter. Wie gesagt, hier in dem Fall jetzt eine Cremedusche. Und die riecht auch super. Und dann zu guter Letzt habe ich mir zwei Masken mitgenommen. Ja, die eine ist relativ neu. Und zwar von Garnier die Skinactive Hydra Bomb Tuchmaske. Intensivfeuchtigkeitsspende und belebende Maske. Das ist eben die blaue Variante. Also die ganz normale für feuchtigkeitsbedürftige Haut. Da gibt es ja auch noch eine pinke für sensible Haut und die grüne für Mischhaut. Ich habe mich jetzt aber für die entschieden. Und die habe ich mir nur mitgenommen, weil sie im Angebot war. Zwar immer noch sehr teuer. Ich glaube 1,50 rum. Aber immerhin besser wie knapp 2 Euro. Deswegen durfte die jetzt einfach mit. Ich werde sie testen. Und wenn sie mir gefällt, werde ich sie vielleicht einmal im Monat oder so kaufen. Weil es echt teuer ist für 2 Euro. Ich finde die Verpackung viel zu groß. Ich finde das eine riesengroße Verpackungsverschwendung. Aber ich wollte sie jetzt auch einfach mal testen. Um einfach auch mitreden zu können. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja allgemein kein so Tuchmasken-Fan. Weil ich halt oft auch so Tuchmasken-Unreinheiten bekomme. Deswegen freue ich mich hier drauf. Und hoffe natürlich, dass ich sie gut vertragen werde. Und das letzte Produkt für dieses Video ist von Rival de Loup die Kokos-Mousse-Maske. Belebende Pflege spendet intensive Feuchtigkeit mit Shea-Butter und Kokosnuss-Wasser. Ich liebe Kokosnuss, wie gesagt. Und ich hoffe einfach, dass sie gut nach Kokos riecht und dass sie einfach auch, ja, mussig ist. Und ich freue mich da drauf. Es gab ja auch in dieser Verpackung mal diese Aktivkohle-Maske. Die gibt es jetzt meine ich nicht mehr. Und ja, das war es auch schon. Also wie gesagt, ein relativ kurzes Video. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Zwischendurch mal so kürzere Videos finde ich eigentlich auch ganz schön. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo von euch freuen. Wenn nicht, dann nicht. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!